Ich markiere. So, mit diesem wunderbaren Gespräch beginnen wir eigentlich auch gleich unser Let's Play, würde ich mal vorschlagen, oder? Und den Wurzuch ist es los, blablabla. War jetzt blablabla, deswegen rushen wir einfach nur kurz hin, wir sind in den 30 Meter Eder und dann beginnt die nächste Mission. Komm schon, komm schon. Russisches Konsulat. Hier in die Türe. Aua. Also, let's go. Wollen wir den Alarm ab? Alarm. Alarm. Ich fass mal aus. Lass doch an. So. Boah. Pumpt in Brot. Brotmanneken. Alter, wo bin ich denn jetzt? Boah, komm schon, was ist denn da los? Büro. Na ja, das geht. Ach, hinter mir war der. Jetzt war der schon gar nicht mehr hier. Gibt's doch auch einen Scanner, ich setz mich mal drauf. Oh mein Gott. Uuh. Ja, uh. Ihr müsst schon sagen, wenn ihr euch zurückzieht. Was ist denn da? Da kann man auf mich zu gerannt, ja. Ich lieg hier in der, in der Dinge, in dem Metalldetektor-Bereich. Wär jetzt was für so'n Leben. Ach, die Kuh von draußen. Au, 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 au. Wo kommt ein Gelberei? Nein! Dani is down. Ein Hauch, bevor ich dich wiederbelebt hätte. Ah, nein. Schade. So ein Müh hätte noch gefehlt. Ein Müh? Uah! Ja, genau! Hä? Ja, ich spawn mitten im Gegner. Ah, ist doch schön. Du bist noch ein Gehle. Ich hole den Dani. Nö, wir könnten überlegen, dass wir uns kurz vor dem Video bauen. Okay. So wichtig ist dann der Tisch. Okay. Alles klar. Aha. Oh, hopla. Da hat wohl einer... Da hat wohl einer vergessen, sein Handy auf loadless zu machen. Ich hab grad noch dran gedacht, so hoch schaltest du mal deine Gerätschaftsgleise. Elf Kiner laut an dem. Was? Elf Kiner laut an dem. Was für elf Kiner? Ich bin kein elf. Ich bin zu alt. Zwölf. Fast zwölf. Ja, komm. Hä? Wer ist das? Wer ist das? Feinde nähern sich ihrer Position. Das gehört. Feinde nähern sich deiner Position, Dani. Ja, ja. Aber nur deiner. Au! Au! Au, au. Hier volle Kanne auf mich drauf. Stürmer. Oder. Ab und zu haben auch so'n Stürmer dabei. Hm. Na jetzt grad nicht irgendwie, oder? Ist das schon wieder krank? Ist heute irgendwie nicht da, ne. was? Was? Klappt das bei dir? Ja, ich, äh, zappel grad'n bisschen. Zappel, zappel. Dancing. Unten sieht's jut aus. Gut, hier oben soweit auch. Uh, der legt natürlich auch böse da. So'n halben Spalgater mit'n Gesicht auf der, äh, auf'n Geländer. Der was? Ne, der liegt bei mir hier komplett auf der Treppe. Okay. Da draußen ist noch'n Gelber. Ich glaub' der will was von uns. Ach, lass'n Gelb sein. Der kann ja grün werden, verboten. Oh, Gott. Echt jetzt? Was wird's dann, ein blauer Hulk? Ja, der kann schwarz werden. Super. Boah, ich bin, äh, tot. Hingefallen. Wurdest du überrannt? Ja, ich wurde überrannt. Hinter euch. Er ist wieder unser Stürmer. Wir sind doch wieder da. Was, die Dark Zone? Was? Was? Egal. Was ist denn zu einer Dark Zone? Die Ahnung, ich bin grad bisschen traviert. Ja. Wisst ihr jetzt eigentlich durch das neue Update? Kannst du gucken, was wir machen? Oder ist das immer noch? Ja, ganz schnell eine Vier-Eck-Drücke und dann steht nur Gruppenbeobachtung. Ah, okay. Dann kann er uns zugucken, quasi. Boah. Dann kann er auch zum Schauen, wie wir ihn liegen lassen. Ja. Genau. Ja. Ach, ja. Ich hasse es immer, wenn die Mission die tägliche Herausforderung ist. Passt die Mission sowieso. Auch normal geht's jetzt. Spielerstab. Oh, Schuhe in der Kommode. Das Aquarium ist kaputt. Oh nein. Ich seh es nicht. Oh, da waren Aquarium mit Sicherheit. War. So. Oh, da rollt die Mine. Ja, meine. Kein Feuer? Nee, hab ich noch nicht. Was? Was? Wisch'n du für ein Agent. Oh. Weiblicher. Mein Magazin ist einfach zu klein. Ich weiß leider auch nicht genau, wonach sie suchen müssen, Agent. Von was? 29. Bei der MP, ja. So. 29 ist ja mager. Geweckt rum. Schieß schnell, macht guten Schaden. Aber das Magazin ist halt relativ klein. Der Gable siehst immer noch auf dem Radar, ne? Ja, ja, gell. Nein, nicht nur auf dem Radar, aber auf dem Bildschirm. Na ja, mein ich ja. Ich find' den Sound so geil. Ja. Das, was grad jetzt so im Hintergrund läuft, diesen... Das geht ja genauso. Ja. Ah, da zuckt er ja. Das ist voll gut mit sagen, 1000 Volt, ne? Ja, das ist halt, wenn du den Club betrittst. Hm? Wenn du den Club betrittst. Ja. Wenn du betrittst den Club. Sollen wir hier den ganzen Server mitnehmen? Alles. Komplett. Ich hoffe, dass der Gelbe da draußen bleibt und das hier reinkommt. Will jemand die Daten holen? Ich geh runter. Okay. Ich schimpel ein paar Credits zuvor für die Server. Achtung! Zugriff auf Netz. Zugriff erfolgt. Mehr wird zum Deckung. Uplink wird eingerichtet. Wir ziehen uns seine Daten runter. Was ist das, Doktor? Das sind gemappte RNS-Dateien. Ich weiß nicht, wofür sie gut sind, aber das sind Unengen von Tschernenkos Genom-Daten. Agent, ich brauche diese Daten und zwar alle. Warnung! Gegenmaßnahmen entdeckt. Beginne! Warnung! Netzwerk-Kriegien entzogen. Ne, ich warte. Warte, passiert irgendwas. Was ist los? Die Übertragung stoppt. Wir wurden gehackt. Agent, was ist auch wahr, es wurde Schlecht-Tank eingesetzt. Das heißt, irgendjemand in ihrer Nähe nutzt diese Technik. Das macht ihn für unseren neuen Ziel. Holen Sie diese Technologie zurück. Aus Schlecht-Buster zu setzen. Mit ein verfügbarer Mittel. Oh, Plasterbombs. Banni! Was, du bestaunt? Ich hole dich. Wir sind schon da. Danke. Bitte. Ich dachte, mein Halbhack würde noch laufen. Oh! Konate! Äh! Ihr liegt unterhalb vom, außerhalb dem Geländer. Treff dich nicht. Und jetzt wieder einer. Shit, shit, shit! Ah, da brennt's auch noch. Ja, genau. Achtung, Gelber! Aha, da kann ich also durchswitchen bei euch zwei. Jawoll. Wie bist du? Vorne, da wo's Feuer brennt. Ah, schön. Brennen. Wir brennen, ja doch, wir brennen. Burn, baby! Hä? Ja, respawn. Ja. Wollte auch grad sagen, hä, was ist jetzt los? Bildschirm wird schwarz. Achtung, Stürmer, Tommy! Stürmer, Tommy! Stürmer, Tommy! Hilfe! Boah, ihr mich voll überrannt. Glaubts brauchst Hilfe, oder? Alles gut, alles gut. Boah, was wollen denn die? Äh, uns? Wem mal weg da? Boah, der Penner, die das sein Leben wieder ausfüllen. Ja, da muss ich das erste Hilfe-Kizze stören. Aber wo erste Hilfe? Den bringt's nix mehr. So, da müssen wir gleich. Meins. Unten ist noch der Sunny. Ah, ihr habt ihn, gut. Sehr gut. Du musst noch den Geld, der da draußen rumrennt. Ja, ich geh noch mal raus kurz. Ja, logisch. Hab ja nix anders zu tun. Ich kann, dass es den jetzt doch anzeigt, ne? Ja, der Hammer. Hier, Muni. Ah, hier. Ah, da ist auch noch was. Akten. Dokumente. Akten. Analysiere Sicherheitssystem. System analysiert. Mich auch rumhacken. Lass mich auch mal. Sicherheitsprotokolle deaktiviert. Sicherheitstüren geöffnet. Heck da, ich kenn mich aus. Oh, kaputt. Haben Sie einen Termin? Nein. 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 Der Horn seid gut. Ist doch klar. Ja, logisch. Filial. Ah nee, Action. Nicht filial spielen. Da wirft ruhig deine Kranate. schön wie du granate musikalisch sagen kannst den raum hasse ich ja oja im tschwur ist so übel ja ne war nix oh granate ist draußen eh nix mehr hat da jemand gerade zwei dinge aktiviert jawoll ja nicht gut aber ne super ich bin so gottfroh dass man die sniper auch ohne team zu verwenden kann ich hab zwar gerade keine aber ich hole ihn mach du weiter dann ich hole ihn ja genau deswegen bin ich tot ich auch oh ne oder ja doch jetzt wird man mal wirklich überrannt ja wirklich so siehts aus wenn man überrannt wird ja hätte tommy gesagt hey da kommen schrotfländentypen auf euch zu dann hätten wir in deckung gehen können und nicht in tommy wiederbeleben ja huch ich renn halt rein oh ja die gegner sind ja weg ich hab den gar nicht sehe ja ich hab's gemerkt ich hab's einfach nur vorbei gerannt geht der jetzt nochmal oder geht zu da aber ja jetzt geht's los ja ja beschoss ja 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 das weg blöder gegner geh weg na also oh klamotte so geh ich jetzt noch shoppen grad nebenbei oder was wenn es schon hier rum liegt ich glaub ich hab mehr kleidung als jede abg die schleichwerbung macht irgendwelche modefirmen vorsicht bei mir ist ein schrotflintentyp ja c&a kick und wie sie alle heißen mir doch egal wo ist ein schrotflintentyp ja shut down oh 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 übrigens werden wir gerade beschossen da kommt das tommy 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 schrotflinte ja moment au da müsste eine schrotflinte dabei sein ja ich hab auch eine granate oh fuck aber wo ist eine blind granate ein bisschen beobachtungsmodus ist relativ geil respawn wollt grad sagen komm ich kann ihn holen aber du spawnst ja jetzt ja ich spawne automatisch ja siehst du dann die sicht von mir dann nochmal so ein bisschen außerhalb third person so wie du eigentlich nur noch ein bisschen weiter zurück gesetzt ja siehst du auch mein vaterkreuz was darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet warum laufe ich eigentlich gerade in die andere Richtung wahrscheinlich will ich unbewusst hier weg wenn ich raus den gelben ja das wird mich du musst weg ist der immer noch da äh nö sehen zumindest das nicht mehr ja der i-bahn der i-bahn der i-bahn der i-bahn der i-bahn der i-bahn dann nicht nur einer rohre nach aber ich geht's ab scheint ja lustig zu sein oh lila die lassen das ist schlimm aber schildmann und schrote hier hinten wo boah ich hab grad mein leben aufgefüllt ja ich auch ich hab aber wieder keins warte ich leg den koffer hin du auch ja schalte ruhig das Geschirr aus haha Rucksackgeschosse na also mit dem myrologen sprechen sie ist jetzt nicht US Army gehen sie können sie es einrichten dass er mich hört hier ist Dr. Jessica aus New York wir haben uns in Innsbruck getroffen ich kenne sie und sie kennen meine Arbeit Moin Moin wir sind hier um ihnen zu helfen wenn sie die Tür öffnen ok ok kann man mir die Musik ausmachen welche Musik das war eine Sprengladung Bewegung Agent klö ok das war Rasputin Musik oh Rasputin Schmuck schöne geheimer Bunker ich habe Cianenko und seine Daten vom Server gezogen bevor die JTF drauf zugreifen konnte wir sind startklar was ist mit unseren Freunden in der Nähe Gefechtserlaubnis mit 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 mit